herzlich willkommen zu einem neuen shop video wenn ich das hier gefallen würde ich mir natürlich riesig über eine abo freuen außerdem bewertet halt und kommentiert auch gerne das video wird mich auch extrem supporten und wenn ihr mich vielleicht auch mal im live stream sehen wollt dann checkt doch den ersten link in der video beschreibung aus dort kommt er auf meinen twitch kanal dort könnt ihr natürlich auch gerne follow da lassen würde mich auf jeden fall auch riesig freuen und ich würde sagen wir schauen uns jetzt den item shop an heute haben wir den neuen skin und zwar den tiefen taucher als nächstes habe dann die kugel hieb spitzhacke beides relativ klassisch wobei die spitzhacke auch schon wirklich mehrfach so sehr ähnlich in der form im game war aber trotzdem für eine grüne spitzhacke vollkommen in ordnung dann habe ich hier den hey skin mit der extrem teufel variante und hinten noch die teufels flügel und dazu an die sternwucht spitzhacke als nächstes haben wir noch die expertin dann den bracer skin den knie klatschen mode dann haben die holoscan lackierung ist auch glaube ich so ziemlich die häufigste lackierung die einfach im shop ist gefühlt mindestens einmal pro woche muss sie einfach drin sein dann aber als nächstes noch stock sauer war schon etwas länger nicht mehr im shop und dann haben wir noch auffallen das war es dann mit dem heutigen shop video ich habe es hat euch gefallen und wenn ihr noch vielleicht wieder vorschläge habt dann schreibt es gerne in den kommentaren ich werde wahrscheinlich ab morgen wieder videos machen und diese woche habe ich hier wirklich eine woche im prinzip richtig urlaub gegönnt und ab der nächsten woche ist dann mein plan dass es neben den streams auf twitch und den shop videos auch noch normale videos gibt deshalb schreibt gerne vorschläge in den kommentaren würde mich auf jeden fall sich freuen und bis zum nächsten video ciao